Oh Alter, aber mit zwei, mit ganzen... Ah cool, wir regeln... Aber wir müssen aufpassen, dass wir auch wieder hochkommen. Also es war aufgelöst solche Holzklappe. Solche Holzklappen, da fahren wir auch nicht mehr so viele da. Warte ganz kurz. Ich weiß ja nicht, was der Guard oder Guide dann macht. Aber ich wollte eigentlich so eine Art Treppe bauen. Nee, wir bauen halt einfach ein paar Holzklappen. Ja, oder so. Manchmal Holz ist glaube ich auch bald leer. Können wir dann überhaupt da unten dann durch oder wie? Wollen wir dann mal wieder runterrollen? Ihr könnt auch noch unten durch. Ich muss einfach nur S drücken dann. Da wird es echt immer leuchten. Hey, da gehen wir es mal hin. S. Achso, ja, ok. Scheiß. Teil blockiert man in die Höhren. Ich habe einen Krankenhaus aufgehoben. Cool. Was kannst du jetzt damit machen? Ich glaube, da geht es rein. Jawollo. Hast du Fackeln? Ja. Geh mal ganz kurz. Da kann ich noch zwei Holzklappen hin. So. Pass auf, du kannst ja glaube ich nicht schwimmen. Kannst immer nur springen. Wie? Ich habe keine Ahnung. Dann lass mal schnell da oben lang gehen. Ich weiß, ich muss es mir schnell ändern. Das ist mir noch gewohnt, dass da irgendwie so eine Hacke noch auf der ersten Slot ist. Ja, da geht es aber irgendwie nix mal besonders vermute ich jetzt mal. Der war eine Vase. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Und was machen? Stein oder was? Keine Ahnung, du. Ich habe, ich glaube, das nix glaube ich Eisen bestimmt. Weil Stein wäre zu simpel. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Loller, boller. Okay. Also einfach nur S-Trick, dann komm ich wieder runter. Ja, ich habe auch übrigens. Oder unten ist ein fetter Slime. Was geht denn da ab? Geh mal runter und kill den. Da ist zu viel Wasser glaube ich. Dann geh mal links hin, Alter. Warte mal ganz kurz. Das ist ne Vase. Ich habe da auch noch so Holztreppen gehabt. Holz... Dreckblock... Hä? Steinblock... Warte mal. Ich baue mir mal ein paar Holzklappen. Muss aber hochgehen. Glaub ich, oder? Dann killen wir den, oder was? Warte ganz kurz. Das ist ne Vase. Kann man da reinschauen. Warte, nur nicht zerstören die Vase. Nee, die kannst du glaube ich nur kaputt machen. Ich habe bloß einmal drauf. Das war verdammt tief, Alter. Warte mal. Jeder soll jetzt mal raushüpfen, Alter. Wow. 14 Schaden, Alter. So schnell wie du klicken kannst, Alter. Hörst du eigentlich mein klicken? Keine Ahnung, hörst du mein klicken? Nö. Wahrscheinlich können wir beide uns das nicht, wenn wir uns das eigenes werden. Und die Zuschauer... Wobei, zurück der Wallach. ...decken sich da bei den ganzen Let's Play. Die ganze Zeit bloß klick, 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 klick. Wir machen so viel Schaden, Alter. Eins, gell. Aber die Oma, die leichte. Komm mir so vor. Aber was meinst du? Mhm. Ist dein Name bei mir auch grün? Äh, andersrum mein Name. Ja. Also dein Name ist grün. Unherz. Oh fuck, sind wir dumm. Hä? Boah. Warum? Warum? Ja, weil wir beim Schwimmen, wenn wir nicht hoch genug Schwimmen können, wenn wir nicht hoch genug Schwimmen können... Achso. ...hätten wir uns hochbauen müssen. Äh... Ich denke mal, warum mein Face so rot ist, dabei war meine Maus auf dem Face drauf. I need Fackles, Bushi. Weswegen? Ja, weil ich da runter gehen will. Wo runter? Da. Achso, ja warte mal. Ich brauche jetzt doch schon kurz hoch. Wow. Selbermünze und Kupfermünze. Was bringen mir Kupfermünzen? Was ist da oben? Mach dir mal da oben. Mach mal schnell. Ich glaube, du kannst irgendwann... Ne, warte mal. Das geht raus an die... Ding. An die Nacht. Bei mir immer wieder weg. vor deinen Zombies zu uns. Wenn du was gehört. Ich hab ja nie mehr... Warte mal. Lass uns mal so. Ah! Guck mal hier. Ich hab Angst. Ich hörs bloß klacken, aber ich hab keine Fackeln mehr. Alter, Junge. Guck mal runter jetzt. Ich hab keine Fackeln mehr, Alter. Warte mal hier. Ich kann doch gar keine mehr machen grad. Was? Ich hab nichts mehr hier. Hast du Slimes? Mhm. Ich glaub nicht. Hier müssen wir jetzt mal welche killen, hey. Gibt's hier auch ein Bett? Oh, ich hab fünf Glibber. Ja, dann mach mal Fackeln. Oh, ich hab kein Holz. Ist das Problem. Dann gib mir die Glibbers. Warte, komm her. Ja, ich bin da. Da. Kann man das raufziehen, oder wie? Ja, dann kannst du wegwerfen. Ich mach's mit dem ganzen Scheiß Glibber Fackeln. Komm. Okay, los geht's. Ich hab Schwert in der Hand. Oh! 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 Keine Ahnung. Allerdings haben wir noch 38 Leben. Ja, ich hab nur noch 42 Glas hochkommen. Achso. Warte, geh aus, geh aus der Schrägen heraus. Da hast du nur Pech. Ja, ich versuch's. Achso. Achso. Oh mein Gott. Geh mal hier drauf, da hast du ne geile Base. Komm hier her. Komm her, du Arschloch. Wir müssen das wieder einbauen, hey. Ladet sich dein Leben wieder auf, kann es sein? Ja. Perfekt. Alter, zehn Schaden. Zehn Schaden. Und wir machen grad mal irgendwie drei. Aber der ist nicht so schwer wie der andere. Es ist Farbangehänge, oder was? Jawoll. Hast du's bekommen? Äh, ja. Dann gib mir gleich gleich mal Fackeln. Ich glaub, was anderes ist, das ist ja auch momentan nicht sinnvoll, oder? Ne, ich glaub, Kleber baust du bestimmt für nichts. Okay. Ist aber auch interessant, aus Kleber da Fackeln zu machen. Ich glaub, vorhin einen Haltrank bekommen. Seh ich grade. Was hast du? Einen Haltrank. Aber ich glaub, wo's irgendwie funkelt, da ist bestimmt irgendwas. Ich will dir mal wissen, warum's da immer funkelt. Warte mal. Bei mir funkelt das grad da, wo ich bin. Ich weiß ja, der Film hat's dann bestimmt irgendwo mal raus, aber bei mir unten ist da auch irgendwas funkelndes. Hier hat grad irgendwo was gefunkelt. Da unten ist aber wieder irgendwas. Glaub ich mal. Moment. Hey, das ist ja unten. Das ist ja unten funkelt bei mir. Ich muss da vorne irgendwo hin anscheinend. Aber ich will da nicht hin, weil, da ist irgendein Viech. Ich kann ja nicht an was das ist, aber da ist auf jeden Fall irgendwas. Komm doch mal zu mir wenn bei dir nix ist. Weil bei mir hat's auch funkelt und da unten ist irgendein Viech. Und da brauche ich nicht alleine. stein das ist da unten dann die faktisch der man hier abbaut ist ja auch noch mal ja und wann ist das jetzt kupfer ich weiß ja nicht was da noch oder was das für ein unterschied da ist irgend so eine kammer vor mir irgendwo oh was da uns erwartet ich glaube wir wollen nicht gleich hier oh das sieht ganz gut tief runtergebeutelt ja so selber münze und kupfermünze wir kommen aus irgendeiner schachtel und das ist ein fisch das hat kupfer war es ein fisch oder was ist das ich hab's leider gehört vorhin ein goldfisch kann man den können oder ist der gefährlich oder so es ist lehm lehm was bringt das uns weißt das gar zufällig oh das ist das denn oh was ein riesenwurm alter alter der arme fisch hörst du das ja das ist ein wurm hörst du das komische ja das ist der wurm warte scheiß warte was ist los er kommt gleich wieder von unten denke ich jetzt ist er rechts irgendwo gell ja ich kann ich auch oh oh links links ist er Achtung der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt der Achtung du musst ihn töten ja ich bin von dem geräusch sehr beeindruckt nicht weg rennen töten das ist ja lustig der scheiße pur da er hat nur auf mich geht wow fuck ich hab Angst rechts ist er ja neben mir ist er ja jetzt sehe ich ihn bloß nur aufs Bein oh der geht halt echt nur auf dich ey ich komm mal zu dir wow Alter der muss doch gescheit droppen hier wenn er schon so heftige Dinger macht ey ich glaub ich weiß warum es leuchtet weil er dann irgendein Terrorwurm auf dich auf einmal zukommt und dich da abbettelt ich komm doch zu dir ne jetzt kommst du wieder zu mir lolololol du hast du getötet geil haha mit der flaggen dick geht der mir rum ey lol voll das brutale spiel ey Alter wie kann das gleich ich glaub ich tu das wieder weg ich muss alles von mir davon nein da kommt wieder einer Alter lass mal wieder hoch gehen ey Quatsch ja wir hören halt nur gescheit Sachen hier Geissen ich will Rohstoffe jetzt ist er wieder links irgendwo jetzt kommt er wieder er kommt wieder er kommt wieder er kommt wieder komm mal runter ey warte mal Alter läuft dein Leben auf gell ja wenn der mal da quer von unten in die Popperze reinzwitscht hat dann kann der nicht so viel machen fürs Leben yeah so schwer war der jetzt nicht das war einfach bloß der Schockmoment das ist echt lehm aber da gehts wieder runter glaub ich da wo ich grad bin kann nochmal her oder so Momento ich hab schon gedacht da kommen wohl alle was ist das denn Spinnnetze was ist das das ist wieder Leben das ist mal ne Fackel wo die Idee oh der unten ist halt irgendwas großes du kannst mal immer drauf wie die Idee du kannst wie das du kannst wie das singen ich will die Musik ich will die Musik von dass von dem game das ist unglaublich geil ja noch findste geil und in paar Stunden spielen gehst dir die auf den sacke ey das sind wir eine Tope spiel was ist da unten das ausspicht gold boah ne es ist ein gelber schleim wieder ja ne ich meine da oben wo wir grad noch waren alter gelber schleim ey komm runter ist ok Nee, warte. Doch, links dahin, komm. Im Takt. Wow! Damit haben wir natürlich jetzt nicht gerettet mit unserer Supermusik-Taktik. Oh, sind wir eingebautet, sind wir eingebautet. Wie viel Leben der hat. Geh, aber zweimal bekommen. Geh mal unten durch. Ja, warte ganz kurz, ich baue ganz kurz ein paar Deckblöcke. Da habe ich die Decke weg. Teamwork hoch 20 hier, ey. Wir müssen ja schon unseren Guard, ey. Oder Guide, oder, keine Ahnung. Und wir irgendwas. Also, wir müssen noch nichts, aber das, ich glaube, Wasser, oder? Ja. Oh, 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 ich durchbuddeln, ich durchbuddeln. Moin! Sturzflug. Von links kommt er. Da links ist irgendwas Besonderes, neben der Brücke. Bäm. Wie soll der Schocken, wenn mein Kombo auf einmal hochkommt? Geh mal da unten runter. Hast du noch Holzklappen? Ja. Okay, dann können wir uns ja ziemlich gut nach unten buddeln. Ich meine, die ganze Zeit, das kommt so ein Wurm, weil das Geräusch sich genauso anhört. Bloß ein bisschen ohne, ein bisschen weniger Bass hier. Ich weiß halt immer noch nicht den Sinn des Spiels. Also, momentan ist halt einfach bloß sinnlos irgendwo in der Gegend rumbuddeln. Ja, wahrscheinlich irgendwann mal was Geiles bauen oder irgendwas besiegen. Keine Ahnung. Wenn man drüber nachdenkt, wie viele Böckse bin da unten gelaufen schon. Wenige sind es nicht. Nee, eigentlich auch nicht so möglich. Okay, tief geht's da runter, weißt du was? Achtung, da geht's runter. Okay, ist nicht tief. Oh, mein's. Geh mal runter, da leuchtet es nämlich. Ja, guck erstmal, ob wir noch wieder hochkommen. Achso. Mit deinen Holzklappen, die du dabei hast. Lass uns mal nicht ziehen, böse am Zack. Ey, wieso kann ich dich nicht setzen, ey? Du musst dich an die Wand setzen. Ja, dann... Brauch ich mal schnell so'n Dreckblock dahin. Ach, hier, genau. Wie, wo kann man die Teile stapeln? Geh mal schnell weg. Ja. Ja, komm jetzt wieder hoch, du Idiot. Du sollst doch mal runtergehen, ich will doch die Teile dahin bauen. Oh, Wurm, Wurm. Oh, Wurm, 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 Alarm. Ich glaub, die Welt hat einen Bandwurm oder so. Aber das sieht. Ganz, ganz flach. Das ist dumm, es sind sieben auch so spät, ey. Mhm. Da unten, da unten war es grad übelst hell. Boah. Versuch du mal einen Hochweg zu bauen hier. Okay, unten ist nicht mehr sehr viel, glaub ich. Nee, ist gar nichts mehr. Okay, gib mal die Dinger mir. Ich will jetzt mal beleidigen, ich will dich erst nur. Wie hoch kann man da springen? So hoch. Komm hier hoch, oder so. Das ist so immer mit dem Bauen. Ja, ein bisschen, Schang, gell? Ja. Okay, jetzt müssen wir weiter hoch. Hier hoch müssen wir noch locker. Also, eine Klappe muss hier in die Mitte rein. Da, so in die Mitte, weil ich kann bis hier hin springen. Eine Klappe. Ja, genau, mach's doch so. Ja, wir müssen da hochkommen. Ja, jetzt war der erstmal. Okay, geht. Ja, das war's jetzt schon, oder? Wir müssen da wieder hochkommen. Lass dir bei euch mal ein bisschen Lehm ab. Während du das hier vorsorreitest. Ja, das war's jetzt schon.